Hallo liebe Agilandos, hallo Freunde des Line-Dance. Heute für euch der Foxtrot. Wir starten mit dem linken Fuß vorwärts, zwei Schritte. Linker, rechter. Hinten dran einen Wechselschritt oder auch Lockstep-Schritt genannt. Lockstep-Schritt. Der rechte Fuß tanzt einen Tap vorne, einen Tap hinten. Wir tanzen rückwärts den Wechselschritt oder den Lockstep-Schritt. Eins, zwei, drei. Gehen wir in eine Linksdrehung. Links vor, rechts rück, links seit und schließen. Wir wiederholen Teil 1. Linker, rechter, Schrittkreuz. Schritt, Tipp und Tap und Schrittkreuz. Schritt, links vor, rechts rück, seitwärts schließen. Nun folgt ein Chassé. Linkes Chassé, rechtes Chassé. Rundherum erkreist. Linker, rechter, linker, rechter. Und wir starten von vorne. Einmal im Zusammenhang. Linker, rechter, Schrittkreuz, Schritt. Tipp und Tap und Schrittkreuz, Schritt. Links vor, rechts rück, seitwärts schließen. Und linker, rechter, Stepkreuz, Step. Tippel, link, Tap and Stepkreuz, Step. Geh vor, geh, rück, geh, seit, geh, schließ. Wir starten mit Musik, meine lieben Magellandos. Der Tanz ist mittelschwer, ist aber machbar. Viel Spaß beim Üben. 5, 6, 7 und 8. Stepkreuz, Step, Tipp, Tap and Stepkreuz, Step. Hoch, rück, rück und tap. Und eins, zwei, Stepkreuz, Step, Tipp und Tap. Stepkreuz, Step, Vor, rück, Chassé, Seite. Chassé hin, Chassé hin. Rundherum und wieder. Und eins, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei. Stepkreuz, Step, Hoch, rück, seit, geh, ho, und linker. Meine Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Fox Rock, viel Spaß beim Üben zu Hause. Bleibt gesund, wir sehen uns hoffentlich bald wieder.